TH3 mal für den FCB in dieser Saison, ansonsten hauptsächlich in der U21-Mannschaft des Klubs vom Reikny. Kommt der Ball zur Mitte und aus dem Nichts heraus, Enzo Zidane, Anschlusstreffer für Lausanne. Na schau mal hin! Hat die Abstimmung auch nicht funktioniert, kein Abseits, krasse Pass, genau im richtigen Moment. Und dann kümmert sich in der Mitte niemand und Enzo Zidane, aus meiner Sicht, Stellungsfehler von Neitzke, der Zidane zu viel Platz gelassen hat. Er lässt sich dann auch nicht zweimal bitten und versenkt den Ball im Kasten.